Spiel es cool. Jo, willkommen zurück zu einem neuen Spiel Inside My Radio. Das ist ein Indie-Game, was ich entdeckt habe bei Steam. Ich gucke da ja immer mal durch, ich habe da auch eine echt lange Wunschliste und das habe ich mir sofort geholt, kostet nicht viel, ich glaube so 12, 13, 14 Euro, bin ich jetzt nicht ganz sicher, obwohl es nur ein paar Stündchen her ist. Wir fangen einfach mal an mit einem neuen Spiel. Ich habe vorhin schon mal reingeschaut, also es ist echt geil. Inside My Radio So, da sind wir. Ghetto Blaster. Hi, Taek. Taek, okay. Hi, Taek. Ich beobachte dich schon seit einiger Zeit. Es tut mir leid, dass ich dich absorbiert habe, aber ich hatte keine andere Wahl. Ich brauche deine Musik. Mein Überleben hängt davon ab. Ich werde mit jedem Tag schwächer. Hilf mir bitte. Es begann alles in Barrys Sektor, aber ich kann ihn nicht erreichen. So wie ich ihn kenne, steckt er hinter diesem Schlamassel. Er kann nicht weit sein. Du musst ihn finden. Nutze deine Musik. Yeah. Also, ja, das kann man ein- und ausschalten hier. Also man muss hier zum Takt, man kann sich immer bewegen. Kurz Erklärung. Also bewegen kann ich mich immer, ja, in beide Richtungen. Aber springen geht nur zum Takt. Da seht ihr gerade schon. Wird ein bisschen dauern, bis ich da den Move richtig raus habe. Aber ich denke, das kommt nach der Zeit. Es gibt auch noch diesen Move hier. Ja, was gibt es noch? Dann gibt es... Genau, ich kann... Da haben wir es auf den Takt. Ich kann hier irgendwie Sounds da hinzufügen. Da gibt es später wahrscheinlich auch mehr. Ist schon ziemlich cool. Da tanzt du da gerade. Und dann gibt es noch diese Bescher. Also wir fangen einfach mal an. Ihr seht es gleich. Ihr merkt auch, dass ich hier immer wieder faile. Also viermal im Takt. Yo, der Beat geht los. Yeah. Yeah. Ja, das ist nur noch so ein bisschen Erklärung hier. Yo. Der Beat geht weiter. Kommt echt gut. So ein bisschen erinnert mich das hier an diesen Kanten-Langspringen. Auch an Meatball. Hup. 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 Habe ich zwar nie gezockt, aber bei vielen Leuten angeguckt. Ganz ehrlich, wäre auch nichts für mich gewesen. Wow. Halt. Halt. Ja, genau. Ich bin so ein bisschen... Also wenn ich hier nicht viel quatsche, nehmt es mir nicht übel. Das liegt einfach daran, dass man hier so auf den Beat achten muss. Aber ich denke, das macht ja auch nichts. Irgendwie das Bild, die Farbspielung an sich, die Musik, das ist ja schon an sich ganz geil. Oh, ne. Doch, war schon richtig. Oh, Mann. Wow. Will mal eben gerade was probieren. Ne Kombo. Halt. Genau. Jo. Ding, 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 ding. Achso, auch im Takt. Das wird echt bestimmt auf Richtigkeit. Ich habe nur das erste Level gezockt. Hoch. Oh. Mann. Oh. Ja, das ist jetzt bei sowas hier. Ich muss dabei auch warten, bis ich kann. Nicht nur dann, wenn frei ist. Okay, das ging. Hoch. Hätte ich gleich durchziehen können. Och, Mann. Jo. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ah. Haha. Ja wie, der wird immer krasser. Oh. Ich dachte, ich schaff das noch. Nach oben. Ich spame viel zu sehr die Tasten, also das muss ich mir hier mal abgewöhnen. Ich finde es voll geil gemacht. Oh. Fuck. Vielleicht fast zu weit gelaufen. Okay, diese grünen Teile da, das sind Save Points. Oh, Check Points besser gesagt. Da. Klingt besser. Check Point. Charlie. 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 Oh. Oh. Schon ein geiler Beat. Tö. Tö. So ein bisschen... Weiß ich gar nicht, an was mich das erinnert. So eine 90er Breakbeat, ein bisschen, hoch. So. Ding. Ja, Wasser. Ja, Wasser! Ja, Wasser! Ja, was war das denn? Fick! Geil! Achso, genau. Haha. Barry, danke! Ich wurde schon ganz zappelig. Ich hab gehört, dass du vorbeikommst. Coole Musik! Zwar nicht genug Funk für meinen Geschmack, aber trotzdem nicht schlecht. Teig. Oh, danke! Hat dich der Boss geschickt? Ja, ich glaube, er war das. Es ist etwas kompliziert. Ich bin nicht aus der Gegend. Er hat mir gesagt, dass ich dich finden soll. Für ihn läuft es wohl nicht so gut. Vielleicht weißt du ja warum? Wem sagst du das? Ich dachte wirklich nicht, dass ich es dieses Mal schaffe. Ich hätte ihr ja eine Lektion erteilt, aber die Situation hat mich total aus der Bahn geworfen. Okay, ich erklär's mal. Dann mal los! Ich wollte gerade los, um im Club richtig einzuheizen. Yeah! Ha! Wie geil! Achso! Wer hat jetzt einen anderen Ton? Kommt auch gut! Ah, das klingt doch schon ein bisschen Funk. Irgendwie komm ich... Besser klar, wenn das weg ist. Ah, warte mal. Geil! Okay. Achso, er hat mir... War's schon! Dysko! Dysko Kugel! Dysko Kugel! Dysko Kugel! Dysko Kugel! Dysko Kugel! Dysko Kugel! Ja, wo soll ich hin? Dysko Kugel! Okay, die Melodie verrät dir, wann du vor dem Hintergrund Schwingungen nutzen musst. Versteh ich gerade nicht. Was denn für Schwingungen? Ne, das mache ich ja. Moment mal, wieso geht das denn nicht weiter hier? So, nochmal kurz auf die Musik hören. Ob da irgendwas anderes kommt. Vor dem Hintergrund Schwingungen. Geil, eine Errungenschaft. Was verstehst du nicht? Okay, was verstehe ich nicht? Weiß ich nicht. Das sehen wir dann aber im nächsten Part, ob ich Sinn bekomme. Danke fürs Einschalten. Haut da rein bis zum nächsten Mal. Bitte bewertet und schreibt mal, wie ihr das Spiel findet. Tschüss! 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 Tschüss!